Ein Fanclub für ein Grossunternehmen ist etwas, das wir von der Kultur nicht kennen. Das gab es früher nicht und das gibt es heute eigentlich auch nicht. Ausser bei uns in der SRG. Ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen stolz, dass wir eine starke, unabhängige und engagierte Trägerschaft im Rücken haben. Ohne Sie wäre vieles nicht möglich. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei sind. Ich danke Ihnen!